Liebes Weiblinger Opernpublikum, mein Name ist Christoph Schweitzer und ich singe die Rolle des Don Giovanni in der ersten internationalen Opernwerkstatt in Weiblingen. Melanie Diener und Thomas Helmsen werden mich eine Woche lang in der Rolle des Don Giovanni coachen. Wir werden intensiv in die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart eintauchen und wir werden alle Facetten dieses Edelmannes Don Giovanni herausarbeiten. Am Ende gibt es ein großes Konzert mit Dan Ettinger und den Stuttgarter Philharmonikern. Was für eine Freude, Ihnen diese großartige Musik präsentieren zu dürfen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun einen erholsamen Sommer. Genießen Sie Ihre Zeit und kommen Sie ganz entspannt und frisch erholt nach Weiblingen, wenn Dan Ettinger, die Stuttgarter Philharmoniker und meine Wenigkeit Don Giovanni interpretieren. In diesem Sinne, machen Sie es gut, bis bald, Ihr Don Giovanni.